And now, in the 25th place, Paul represented the United States of America. 58.1 his time. 58,412. Das ist die Zeit, die jetzt alle erreichen wollen. Auch Grayson Lava aus Australien. A little bit shaky start. Sehr wackelig das Ganze, sehr zittrig. 5,4. Das ist auch keine Startzeit, wo er vorne mitfahren kann. Das ist auch keine Zeit, wo er die besten 25 fahren. To reach the 25th place. Damit kann er nicht mitfahren. Aber ja, viele sind ja tatsächlich zum Lernen hier. Many of the starters, it's really learning by doing. And this is absolutely okay. Okay, we need new losers. Many of the World Cup starters will finish their career after the Olympic Games of Beijing. So we need good juniors. And so they can use championships like this to show what they can. Or to train. Sorry, there's a crash now of Grayson Lava. Der ist leider neben den Schlüssen gefallen. Aber weitergerutscht? Ja, das ist halt der Schwung, der mitkommt. Aber der reicht nicht mehr bis hoch zu Ziellichtschranker. Also das heißt, auch er wird dir mit einem Did Not Finish auf der Liste stellen. And finish will stand behind his name. But he was really fast out of the track. Der ist aber wirklich ganz, ganz schnell rausgekommen. Ja, ja, das war doch gut gemacht. Ohne Hilfe, ohne alles oder so.